Der Städtetag NRW ist wichtig für meine Stadt, weil Dortmund die Großstadt der Nachbarn ist. Nachbarschaft nach innen als Entwicklung für diese Stadt und Nachbarschaft nach außen. Weil ich der festen Überzeugung bin, nur in enger Abstimmung, nur in Kooperation kann die Stimme der Städte in dem ganzen Konzert in Deutschland und Europa so gehört werden, wie es nötig ist. Weil in den Städten liegt die tägliche Wahrheit. Hier, hat Johannes Rauch schon gesagt, ist der Ernstfall der Demokratie. Es ist also an uns. Vielen Dank.